Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder eine frisch gepresste Folge. Meilenmittwoch aber an einem Samstag hier aus Rancho Mirage in Kalifornien. Ja, leider geht auch das zu Ende. Ich habe mal gedacht, heute Nachmittag um 5.30 Uhr nachmittags gebe ich euch das nochmal mit dem Blick mit der Sonne. Ihr merkt, es geht mir hier nicht ganz so gut. Ich leide höllisch. Aber die Themen, die wir für euch frisch gepresst haben an diesem Meilenmittwoch, sind zum Beispiel zwei Deals Premium Economy nach Singapur oder aber mit der First Suite der 3,80 von Singapur Airlines für 3.199 startend. Das andere ist 900 Packer Putte Euro in der Premium Economy mit dem Eierfranken. Dann haben wir nochmal zweimal Last Calls. Einmal Marriott Punkte kaufen, natürlich aus dem Ritz-Carlton. Was soll ich anderes sagen als Marriott Bonvoy? Und wir haben nochmal das Lufthansa Meitelmore Bundle & Go. Da gehen wir nochmal drauf ein. Die letzte Möglichkeit, um da Meilen und Punkte zu kaufen zu einem reduzierten Preis. Das läuft nämlich aus. Und wir haben Themen, die wir frisch gepresst haben. Unter anderem für euch Acor Ennismore. Zusätzlich 15% Rabatt. Und ich muss nochmal ablesen. Hilton Damienstadt ist mit Revolut. Gut, ich lese weiter. Geht es doch noch? Der Text bei der Kreditkarte DKB ist ein bisschen verwirrend. Wir dröseln das für euch heute in der Sendung auf. Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, den Wind zu genießen, die Palmen, wie sie sich bewegen. Und Kanal abonnieren, Glocke und Like. Und danke, dass ihr dem Kanal so konsequent folgt. Da bin ich richtig dankbar. Und natürlich an dieser Stelle wie immer der obligatorische Hinweis, den Kanal zu liken. Und bei Fragen, Sorgen, Nöten, könnt ihr mich unter dieser Nummer immer erreichen. Habe auch heutige einige spontan Calls gemacht. Es spiegelt sich hier so ein bisschen, was die Leute machen. Der Kollege da unten läuft. Auf jeden Fall könnt ihr bei Sorgen, Nöten, euch bei mir melden. Oder wenn ihr Kreditkarten haben wollt aus Amerika, kann ich euch auch da helfen. Ich werde, glaube ich, mal so ein YouTube Live dazu machen. Werd das mal bekannt geben, wann das an den Start geht. Ihr könnt ja schreiben, ob das besser in der Woche oder am Wochenende ist. Und dann können wir diese Themen auch live besprechen. Ja, jetzt geht es direkt auch los mit dem ersten Thema. Und zwar der erste Last Call. Das sind die Meilenkäufe von Marriott Bonvoy. Da kann man bis zu 24, ne Quatsch, 40 Prozent bekommen. Und zwar ist es so, dass dieser Bonus nur noch bis zum 31. März vergeben wird. Heißt also, wenn man maximal bei den 100.000 Punkte kaufen darf, gibt es 40.000 als Bonus. 140.000 Punkte. Das sind 1.240 US-Dollar. Man kann das jetzt so ein bisschen mal ausrechnen, wann sich das lohnt. Für dieses Hotel hier hätte es sich ehrlicherweise nicht gelohnt. Da waren es 80.000 Punkte. Und wenn ihr dann jetzt mal ausrechnet, dass man dafür für die 80.000 Punkte, gehen wir einfach mal davon aus, 800 Euro gezahlt hätte oder 800 Dollar, was die Nacht hier dann gekostet hätte, ungefähr. Dann sind wir bei Bummelig für zwei Nächte 1.600 Punkten und dann hätte es 1.600 gekostet. Also es ist jetzt nicht so ganz lohnt oder nicht lohnt. Aber man muss natürlich auch mal einrechnen, dass man keine Punkte für den Stay bekommt. Man muss einrechnen, dass man halt da dann auch wirklich dann diese Punkte nicht vergisst. Weil man muss ja überlegen, dass man für die 800 Dollar oder 1.600 Dollar für zwei Nächte, hätte man ja natürlich auch die Punkte mit der Marit Bonvoy-Karte bekommen. Und das muss man halt immer gegenrechnen. Wichtig ist, dass ihr natürlich immer guckt, ob ihr einen Use Case habt. Und man muss natürlich auch gucken, ob man da die Punkte eventuell zu einem Partner transferiert, über eine Fluggesellschaft oder sowas. Auch da halte ich jetzt nicht wirklich von so viel. Aber ich denke mal, dass das ein niedriges Angebot ist. Aber wer Punkte braucht, wer verzweifelt ist und das nicht über die Kreditkarte macht, mit der Bonvoy-Bevy oder mit der Brilliant oder mit der Bolt. Ich weiß gar nicht, wer sich die Namen ausdenkt. Vielleicht der eine oder andere kann sich hier die Punkte kaufen. Wichtig ist auch, dass man wissen muss, dass man pro Jahr nur 100.000 Punkte kaufen. Also wer jetzt kauft, kann beim nächsten Mal auch nur dann entweder die, wenn man weniger als 100.000 gekauft hat, die Differenz kaufen. Oder aber wer 100.000 kauft, ist dieses Jahr leider schon raus. Und wir sind ja erst im März. Also das heißt, das Angebot fängt erst an. Dann haben wir noch bei Lufthansa Mites & More Bundle & Go. Da gebe ich euch mal was aufs Auge. Und da, oh, da ist es. Ich weiß gar nicht, warum das weg war. Jetzt machen wir das noch ein bisschen hübscher, damit das für euch auch schöner ist. So machen wir breiter. Und da seht ihr das, dass man mit dem Bundle & Go im Moment noch die kaufen kann. Mit diesem 50% Bonus bei dem kleinen Paket, 40% Bonus beim Medium Paket und beim großen Paket gibt es 30%. Heißt also, dass man dann nochmal zusätzlich bei den Meilen diesen Bonus halt bekommt. Bei Hotels & Cars sind das jedenfalls 25, 50 oder 100% Bonus. Bei Avis gibt es 1.250 Meilen. Bei den nächsten 5 Anmietungen 1.500 oder 1.750 mit Bonus 25, 50 oder 100%. Und man hat dann einen Preferred Plus-Status, der jetzt nicht wirklich was wert ist. Das sage ich jetzt. Priority Pass gibt es dann auch nochmal mit Rabatten 20, 25, 30 für die Standard-Mitgliedschaft. Wer aber die Prestige-Mitgliedschaft haben, wir können bis zu 15% Rabatt bekommen. Und dann seht ihr auch nochmal die Preise, 250 bis 1.000 und 1.750. Wer jetzt noch zuschlagen möchte, kann sich da nochmal angucken, wie es funktioniert. Man meldet sich bei Mils & Mauer an, wählt drei der verfügbaren Bundle SM oder L aus. Nach Abschluss des Kaufs gibt es eine E-Mail und es dauert fünf Werktage, bis die Premium-Meilen auf dem Konto gut geschrieben werden. Wichtig ist, dass man weiß, dass dieses Angebot halt wirklich nur bis zum 31. März läuft. Und was auch wichtig ist, dass man mit Mils & Go nur bis zu 250.000 Meilen sammeln kann. Also das heißt, ihr seht, ihr könntet jetzt zum Beispiel da mehrere Pakete kaufen, bis ihr die Meilen voll habt. Nur so als Hinweis. Einfach auswählen und dann direkt kaufen. Hier seht ihr das. Da geht das direkt los. Ich möchte meine Daten hier auch nicht zeigen. So, wo haben wir es? Da geht es wieder zurück. Und da bin ich wieder mit dem nächsten Thema für euch. Das nächste Thema, was wir hier haben, das ist Arcor. Und zwar bei Arcor ist es so, dass es dort dann auch nochmal eine Promotion gibt. Die Promotion gibt nochmal bis zu 15% Discount zusätzlich bei Arcor Hotels. Und das gilt in Deutschland bei dem Hotel in Berlin, bei dem SO Berlin, das Stur. Dann geht es weiter mit dem 24 Hours in Düsseldorf, Frankfurt. Dann in Frankfurt noch das The Trip. Das alte Hafenamt in Hamburg und die Hotel Hafen City auch 25 Hours. Und nochmal 25 Hours The Circle. Da gibt es das auch in Köln. Und da seht ihr halt, dass es dort die Rabatte gibt. Und wichtig ist, dass man dort bis zum 21. April buchen muss, um nochmal 15% Rabatt zu bekommen. On top auf die Mitgliedsrate. Nur das dazu. Ich hoffe, der Wind ist jetzt nicht zu stark. Das windet hier richtig auf und ab. Gastingen ab, wie das so schön heißt im Flieger. Englisch. Also ich hoffe, dass ihr hart bleibt und durchhaltet, so wie ich hier durchhalte. Dann haben wir noch ein Thema und zwar Hyatt. Das ist ja meine Lieblingskette. Da ist es so, man kann jetzt rein theoretisch den Status kaufen für 18.000 Dollar. Die 18.000 Dollar haben natürlich den Vorteil, dass diese 18.000 Dollar nicht weg sind. Weil diese 18.000 Dollar sind Gutscheine bei Mr. und Mrs. Smith. Und diese Gutscheine, wenn man diese kauft, kann man bis zu zwei Jahre Globalist bekommen. Also wer den jetzt kauft, kriegt für 2024, für 2025 bis Februar 2026 den Status. Und die Promo läuft auch endet März ab. Also das heißt, das ist auch jetzt wieder ein Last Call. Also ich muss mal hier gucken, dass das Mikrofon noch laut genug ist. Der Wind nimmt hier ja richtig zu, Mensch. Ja, was gibt es noch? Man bekommt fünf Base Points pro Dollar Spend und bekommt dann nochmal den Standard Tierbonus. Und wenn man dann natürlich da nochmal 60 Nächte hat, dann kriegt man natürlich pro 300 Dollar eine Nacht. Und das wäre dann diese 18.000, die man bekommt. Und wichtig ist, dass man halt Mitglied ist. Bekauft werden muss bis zum 31. März 2024. Und zwar auf der Webseite, wo ist es? Mr. and MrSmithRedeem.com Das ist halt wirklich wichtig. Ich gebe euch da nochmal das auf die Augen. Ich hatte das jetzt nicht vorbereitet, aber das können wir ja direkt nachholen. Und zwar hier. Da haben wir es. Oh, da hat er sich ausgelockt. Das finde ich natürlich wieder lustig. Machen wir ganz schnell. Er hatte mich aus dem Zimmer ausgelockt. Was hatte ich denn hier für eine Zimmernummer? Ich glaube, das war meine Zimmernummer. Und dann haben wir hier den Namen. Und wir sind dann auch direkt wieder im Geschäft. Wenn man seinen eigenen Namen nicht richtig schreiben kann, dann ist man natürlich auch doof. So, und das haben wir dann auch. Und haben jetzt die Verbindung. Und ich kann euch das zeigen. Da seht ihr, das ist das Ritzkalten Rancho Mirage. Aber das ist die Seite, die wir haben wollen. Das sind die Mr. & Mrs. Smith Gift Cards. Und da seht ihr, dass ihr die kaufen könnt. Wenn ihr diese kauft. Hier seht ihr nochmal, dass man halt pro 300 Dollar Spend eine Nacht bekommt. Und damit kann man dann quasi seinen Status kaufen für 18.000. Wer den Hyatt-Status haben möchte für weniger Geld, kann das natürlich auch über mich machen. Wir haben da eine Möglichkeit. Sprecht mich an, kostet etwas mehr. Aber es ist halt nicht wie beim Gutschein, dass dann die Nächte dann im Prinzip, die man abarbeiten kann. Also die 18.000, die muss man ja dann durch die Aufenthalte wieder kompensieren. Die Boucher übrigens, die verfallen nicht. Das ist auch eine interessante Geschichte. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, es gibt nicht so viele Mr. & Mrs. Smith Hotels. Das ist das eine. Und das andere ist, man kann es halt günstiger bekommen. Aber wir geben da halt keine Gutschein, sondern wir geben halt den Status direkt und sofort aufs Konto. Jetzt gehen wir weiter zum nächsten Thema. Und zwar ist das die Klarstellung, wenn man das so möchte, von den Freunden bei DKB. Und zwar, wenn man bei DKB sich die Webseite anguckt und dann die Bedingungen anguckt. Und deshalb gucke ich hier auch auf meinen Monitor. Aber es ist so, ausgenommen bei der Berechnung des Jahresumsatzes sind sämtliche Bargeldverfügungen, sämtliche aus der Nutzung der Karte erhobenen Entgelte, Zinsen, Einzahlung auf das Kreditkartenkonto, Zahlung zum Beispiel Überweisung auf ein Giro oder sonstiges Konto, zum Beispiel per Pari-Volut-Konto, bei dem der Karteninhaber Kontoinhaber ist oder Mitinhaber ist. Das heißt ja rein theoretisch, wenn man das so sich auf der Zunge zergehen lässt, man könnte dann rein theoretisch seiner Frau das schicken oder Freunden, Bekannten, Verwandten und man macht das gegenseitig und dann sollte es rein theoretisch ja funktionieren. Aber die neuen Regeln sind halt nicht wirklich klar, denn weil man wirklich da sagt, dass diese 20.000, die man halt über diese Diamond-Karte generieren muss, übrigens steht es auch nirgendwo, dass man 20.000 Umsatz und die Diamond-Karte bekommt, nur so als Randbemerkung, das ist auch irgendwie so ein gut gehütetes Geheimnis, gut gehütetes, schwieriges Wort, Geheimnis und da ist es so, dass man halt da auch schweigt. Aber ihr merkt, dass die Regeln eigentlich das noch erlauben und Leute, die sich halt selber das Geld überwiesen haben, in der Form und abgebucht haben, die haben natürlich dagegen die Regeln schon immer verstoßen, weil die alten Regeln sind ja so ausgenommen, bei der Berechnung des Jahresumsatzes sämtliche Bargeldverfügungen, sämtliche aus der Nutzung der Karte enthoben, Entgebezinsen, Einzahlung auf das Kartenkonto, Abhebung, Überweisung vom Kartenkonto. Heißt also im Prinzip, da sind alle mit nicht erlaubt. Ich bin da mal gespannt, was da die weitere Nutzung zeigt, ob ihr da eventuell irgendwo was seht, ob das klappt oder nicht. Ich selber persönlich bezweifle das, warte aber drauf, dass es sich wieder lohnt und denkt dran, den Kanal zu abonnieren und hier oben zu fragen, wenn ihr amerikalsche Kreditkarten haben wollt. Es gibt nämlich übrigens auch eine Hilton-Firmenkreditkarte, nur so als Randbemerkung, mit der man auch richtig viele Meilen und Punkte bekommen kann in den USA. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Jetzt haben wir noch eine Deal, so eine Deal-Geschichte. Und zwar ist das so, dass dieser Deal in der Premium Economy ist. Und die Premium Economy ist natürlich für den einen oder anderen nicht toll. Deshalb habe ich auch einen zweiten Deal rausgesucht mit Singapur Airlines in der First Class aus Europa. Aber lasst uns erstmal auf das erste Thema gehen. Und da geht es um die Freunde von Air France. Hier komme ich auf American. Ich sollte die gleichzeitig nicht lesen. Ich gebe euch hier das jetzt auf die Augen. Da seht ihr es. Das ist der Great Circle Mapper und das ist dann von Amsterdam über Char de Gaulle nach Singapur und dann zurück. Das sind 13.829 Meilen. Lasst uns erstmal klären. Die Buchungsklasse ist Y, A und Y zurück. Da gibt es 22.244 Meilen bei China, bei China Eastern und bei Aeromexico. Bei Delta gibt es etwas weniger. Und dann seht ihr auch, wie es weiter runter geht. Und angeblich gibt es bei Flying Blue 0 Meilen. Jetzt fragt ihr natürlich, was kostet die ganze Bude und was kann man damit machen? 979 Euro, damit fängt es an. Und spannend an der Sache ist halt wirklich, unterm Taui in der Premium Economy nach Singapur zu fliegen. Ich finde es persönlich gar nicht mal so schlimm. Habe ich die Flugzeiten irgendwo 15 Stunden, 50 Minuten, rück geht es in 16 Stunden. Also eigentlich relativ okay Flugzeiten, wenn man sich das so auf der Zunge zergehen lässt. Aber für euch ist natürlich das teilweise nicht okay, weil ihr wollt mit eurem Luxuskörper da natürlich was anderes machen. Und zwar ist das so, dass es dort natürlich auch einen Deal gibt mit Singapur Airlines in der First Suite. Ja, in der Suite im 380er, weil der 380er fliegt ja jetzt auch wieder nach Francoforte. Und das Ganze geht ab März natürlich wieder los. Buchungsklasse ist A, geht ab 3199 los. Ich zeige euch jetzt hier mal ein paar Abflughäfen. Hier haben wir die Karte und seht selbst. Helsinki ist natürlich dabei, Kopenhagen, Dublin, Riga aber Frankfurt und dann nach Singapur. Und dann seht ihr auch, wie die ganzen, ups, da habe ich mich verdrückt, die ganzen Entfernungen sind. Mit 958 Meilen sind es von Helsinki nach Frankfurt, 422 von Kopenhagen, 677 von Dublin oder 791 und dann 6389. Das waren also so zwischen 14.600 Paar Kaputten und 14.132 Paar Kaputten fliegt. Und jetzt seht ihr das, was ich eben euch auch schon zeigen wollte für 3199 Euro. Da seht ihr die Geschichte, oh, hier habe ich nicht Hansens eingegeben, da können wir nochmal schnell Lufthansa eingeben, dass wir das auch ordentlich haben. Und dann seht ihr das in der Buchungsklasse C, natürlich Business Class und dann R für die First. Da sind es 26.700 mit Air China, 19.000 mit Vistara. Das sind nur Prämienmeilen, ganz wichtig. SAS Scandinavian ist auch noch dabei. Also es geht hier weiter runter und Air New Zealand mit 0 Meilen. Für 3199 Euro finde ich das einen krassen Deal, wenn man in Helsinki anfängt. Die anderen sind so ein bisschen höher, bis 3600 geht es hoch. Da kann man halt gucken, was auch der Zubringer kostet, ob man eine Nacht verbringen muss und so weiter. Man darf leider nicht in die First Class Lounge oder in First Class Terminal, weil es natürlich kein Lufthansa Group Flug ist. Ist leider schade, aber ist so. Aber dafür fliegt man ja First mit Singapur und kann in Singapur da auch natürlich in die richtig geile Lounge, in die First Class Lounge gehen. Habe ich irgendwas vergessen zu sagen? Nein, das war heute wieder der Meilenmittwoch, aber an einem Samstag aus Kalifornien in Rancho Mirage und geiler Ausblick. Schaut es euch an, das ist das letzte Mal, dass ihr seht, wenn ihr nicht am 1. April die Meilenhighlights schaut. Und ihr könnt noch, ups, da habe ich ein bisschen gewackelt. Da sieht man, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ist er schon wieder weg? Da war American Airlines, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, die wollten nach Palm Springs landen. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr so lange wieder durchgehalten habt mit mir. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen, kommentieren, Kanalmitgliedschaft, Kreditkarten findet ihr hier, da, da, da. Und war einfach in meiner Hotel, wo ich einfach vor die Lampe gehen musste. Und bei Sorgen ist er nötig, an die Nummer schreiben und ich freue mich von euch zu hören. Und bis morgen in altern, frische oder schaut euch eine andere Folge an. Und ich gehe jetzt noch mal ein bisschen schwimmen. Ist jetzt auch erst 5.45 Uhr am Nachmittag. Also, bis dann und Abspann für euch. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020